Moin zusammen, Dave hier. Wer kennt es nicht, ein Brautag geht so circa 6 bis 8 Stunden und deswegen können ja gerade Leute, die familiär, beruflich oder mit anderen Hobbys stark eingespannt sind, nicht so oft brauen, wie sie vielleicht auch gerne würden. Und deshalb geht es in diesem Video um das Thema Short and Shorty Brewing und wie ihr euren Brautag auf bis zu 2 bis 3 Stunden verkürzen könnt, ohne dass das Bier am Ende schlecht wird. Viel Spaß mit dem Video! Diejenigen von euch, die mich besser kennen, wissen ja, dass ich ein großer Fan von der Arbeit von Philosophy bin. Denn die haben nicht nur 2 richtig hochwertig produzierte Podcasts, auf denen wirklich jede Woche auch neue Content hochgeladen wird, sondern auch einen Blog, wo auch, ich glaube, sogar 2 Beiträge pro Woche rauskommen. Was ja auch schon eine wirklich große Arbeit ist und dort veröffentlichen die halt vor allen Dingen Experimente im Zusammenhang mit dem Thema Bierbrauen, mit dem Thema Hobbybrauen. Und eines von diesen Experimenten oder von diesen Versuchsreihen war das Thema Short and Shorty Brewing. Als ich nämlich Ende vorletzten Jahres, Anfang letzten Jahres ganz viel zwischen Bodensee und Ruhrgebiet gependelt bin, habe ich dann sowieso noch mehr Podcasts gehört als eh schon und bin da auf dieses Thema gestoßen. Und ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man mit diesen Methoden trotzdem ein gutes Bier brauen kann. Habe es dann aber mal ausprobiert Anfang Jahr 2020 und das Bier ist super gut geworden. Ich habe keine Fehlaromen entdeckt und auch Freunde, die das Bier verkostet haben, auch nicht. Und ja, dann habe ich mir gedacht, komm, ich werde das jetzt einfach mal in meinen Braueralltag mit implementieren und bin damit auch in der letzten Zeit sehr, sehr gut gefahren. Was genau ist jetzt Short and Shorty Brewing? Das ist im Prinzip ein Projekt vom Gründer von Philosophy, Marshall Schott, in dem er versucht, in deutlich kürzerer Zeit und mit einfacheren Methoden trotzdem ein richtig gutes Bier zu brauen. Die Idee ist nämlich so entstanden, seine Frau ist mit einem seiner Kinder in die Stadt gegangen, um einzukaufen und er hatte circa zwei Stunden Zeit gehabt und ihm kam spontan die Idee, einfach in der Zeit zu versuchen, ein Bier zu brauen. Und das hat er halt gemacht, sehr erfolgreich sogar und daraus ist dann jetzt eine ganze Serie entstanden. Ihr könnt auch gerne auf der Website mal vorbeischauen. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein oder halt auch gerne beim Podcast mal reinhören und da berichtet er nochmal ausführlicher über diese ganze Serie. Und ich glaube, es gibt schon, keine Ahnung, um die fünf bis zehn verschiedene Podcast-Folgen und dann halt noch einige weitere Blogartikel, wo er dann verschiedene Bierstile, also Weißbier, Altbier und sogar Münchner Dunkel zum Beispiel braut. Und ich finde es super ausschlussreich und auch interessant, denn auch nicht jedes Bier wird gut. Aber im Grunde muss man sagen, also zusammenfassend, dass die Biere zu 90% doch echt super gut rauskommen. Mit welchen Brauanlagen könnt ihr denn besonders gut Short & Shorty Brewing umsetzen? In meiner Erfahrung ist mir aufgefallen, dass das vor allen Dingen mit dem Bruner-Bag-Verfahren halt richtig gut funktioniert, denn da ist der Prozess sowieso schon sehr, sehr, sehr kurz und geht halt auch sehr einfach. Dementsprechend würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Short & Shorty ausprobieren wollt, dann eher damit. Ihr könnt das natürlich halt auch mit einem Malzrohrsystem oder mit diesem klassischen zwei Geräte-Sudhaus, sag ich jetzt einfach mal, ausprobieren. Das heißt also wirklich Maisch und Läuterbottich und dann eben mit einer separaten Würzelfanne, das geht halt auch. Aber wie gesagt, mit dem Bruner-Bag-Verfahren klappt es halt am schnellsten. Womit es gar nicht gut funktioniert, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, ist die Braueule. Bei der Braueule ist es ja so, dass das Wasser ja quasi erstmal auf 100 Grad, ja in der Würzelfanne genau auf 100 Grad kommen muss, damit halt überhaupt erst der Maischelbottich beheizt wird und das Wasser da aufgeheizt wird. Das heißt, das dauert ja schon irgendwie ein bis zwei Stunden gefühlt und generell sind diese ganzen Prozesse bei der Braueule sehr, sehr entschleunigt. Das hat halt auch viele andere Vorteile, ist ein super entspanntes Brauen, passt aber halt gar nicht dazu. Ich habe es einmal gemacht mit einem Kölsch und ja, ich war trotzdem irgendwie fünf Stunden zugange, also nicht wirklich Short & Shorty. Aber wie genau könnt ihr jetzt Short & Shorty Brewing bei euch implementieren? Also die größte Zeitersparnis, die man beim Brauen haben kann, ist das verkürzte Maischen oder Kochen. Wenn man sich überlegt, dass man ja zwischen zwei Stunden insgesamt und vielleicht sogar vier bis fünf Stunden maischt oder kocht, mit den ganzen Aufheizzeiten zwischendrin und so weiter, kann das halt also deutlich den Brautag verkürzen. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Wasseranpassung entweder komplett wegzulassen oder halt einfach, ja auch da wirklich zu vereinfachen, indem ihr das Ganze nicht abwiegt, sondern wirklich nur abschätzt mit dem Auge. Das macht zum Beispiel der Marshall so, ich mache es jetzt nicht, weil ich während des Aufheizen meines Wassers eh ein bisschen Zeit habe und dort dann einfach die Wasseranpassung vornehme. Es dauert halt keine fünf Minuten, von daher würde ich diesen Punkt so ein bisschen vernachlässigen. Also ich mache es zumindest so. Dann, wenn ihr drunter gekühlt habt, die Würze nach dem Kochen, einfach zu sagen, okay, ich warte jetzt nicht, bis sich der Trub halt wirklich abgesetzt hat am Kesselboden, sondern halt einfach wirklich die Würze halt auszuschlagen und dann halt auch egal, bei welcher Temperatur man ist, also jetzt natürlich nicht, wenn ihr jetzt bei 25 Grad seid, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt anstellen, wobei auch das der Marshall macht und auch die Biere angeblich gut werden. Ich mache es wie gesagt jetzt nicht, würde euch auch das jetzt vielleicht nicht empfehlen, aber es ist ja jedem selber überlassen, was er davon tut oder auch nicht. Und dann halt auch einfach die Zutaten, die man da hat, verwenden. Auch das ist ja viel, oder viele Hobbybrauer denken ja immer, man muss auch unbedingt genau das Malz oder den Hopfen da haben, damit das Bier gut wird. Und ich kann euch sagen, ich habe schon wirklich mit den, ja nicht verrücktesten Zutaten, aber vielleicht nicht mit den stiltypischsten Zutaten, trotzdem einigermaßen stilrepräsentante Biere gebraut, die auch wirklich super gut geschmeckt haben. Und deswegen kann ich euch da auch nur den Tipp geben, nehmt einfach auch manchmal da, was ihr da habt. Wenn ihr zum Beispiel keinen Citra da habt, dann nehmt halt einfach einen Simcoe Hopfen. Auch wenn das Bier nicht hundertprozentig gleich wird, wird es trotzdem ein gutes Bier werden. Was sind denn jetzt die Vor- und die Nachteile beim Short & Shorty Brewing? Ja, der größte Vorteil ist natürlich die riesen Zeitersparnis, die man hat. Ich bin in der Lage mittels Short & Shorty Techniken meinen Brautag auf, ja so circa drei Stunden zu verkürzen. Ob das, obwohl ich tatsächlich eine Stunde lang maische und circa 20 bis 30 Minuten lang koche. Und ich muss auch dazu sagen, ich muss meine Anlage natürlich auch mal auf und ab bauen. Das Malz erstmal irgendwie so ein bisschen rausholen und wagen und so weiter. Also bei mir dauert das auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen länger als jemand, der zum Beispiel einen Braukeller hat und da eben alles schon ready wirklich steht. Und trotzdem schaffe ich es halt in relativ kurzer Zeit super gute Biere zu brauen. Und das ist natürlich ein Vorteil für, wie im Intro schon mal angesprochen, Leute, die entweder familiär sehr stark eingebunden sind, beruflich oder halt auch einfach andere Hobbys haben und die auch nicht vernachlässigt werden sollen. Dann habt ihr natürlich nochmal den Vorteil, dass ihr euch, wenn ihr mit diesem Short & Shorty Brewing rangeht an die Sache, vielleicht halt auch ein anderes Mindset habt und euch ein bisschen weniger Gedanken macht. Denn wirklich, wenn ihr da rangeht mit dem Gedanken, dass das Bier nicht perfekt werden muss, dann macht ihr euch einfach weniger Sorgen und denkt, ja gut, dann... Man sagt ja auch immer diesen blöden Spruch, Bier wird es immer. Und ich weiß, es gibt Leute, die diesen Spruch hassen, aber da ist ja auch irgendwie ein bisschen was Wahres dran. Und ich habe halt auch gemerkt, trotz dieser relativ vielleicht skurril klingenden Techniken auch, werden die Biere trotzdem nicht unbedingt viel schlechter. Also ich habe jetzt, wie gesagt, gar keinen Qualitäts, wie soll ich sagen, Einbuße dadurch gemerkt. Und wenn ihr dann noch in Verbindung mit dem Thema Quake, also wenn ihr dann noch in Verbindung mit Quake das Bier dann vergärt, könnt ihr wirklich in richtig kurzer Zeit ein fertiges Bier haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, das Kürzeste war, innerhalb von drei Tagen war das Bier dann fertig. Und trotzdem habe ich dem Bier noch ein bisschen Zeit gegeben zum Reifen. Aber wenn ihr im Keck vergehrt und dann unter Druck vergehrt, habt ihr wirklich innerhalb von zwei bis drei Tagen ein fertig trinkbares Bier. Und wenn ihr dann sagt, gut, in zwei Wochen ist eine Party, würde das sogar mit Quake funktionieren. Ich will aber jetzt auch noch mal euch vorwarnen, wenn man sich sowas vornimmt, geht es meistens schief. Und wir hatten ja gestern in der Hobbybrauer-Facebook-Gruppe wieder die Diskussion gehabt. Dann kauft euch manchmal lieber eine Kiste Bier. Aber ich würde es einfach mal darauf ankommen lassen und wenn es Bier nicht wird oder nicht so schnell fertig wird, dann ist es halt so. Gibt es auch Nachteile beim Short & Shorty Brewing? Auf jeden Fall gibt es da Nachteile. Der Größte ist halt tatsächlich, wie ich finde, die etwas geringere Ausbeute. Man muss halt sagen, wenn man verkürzt maischt, hat man natürlich durch die verkürzte Maischezeit auch ein bisschen weniger Extraktion. Dann ist es auch noch so, das ist auch meine Erfahrung und auch die von Marshall, dass die Biere mit Short & Shorty Brewing manchmal nicht ganz so klar werden. Das hängt auf jeden Fall mit der verkürzten Maische oder Kochzeit ab wirklich zusammen. Woran das jetzt aber genau liegt, also welche chemischen Reaktionen oder sonst was da stattfinden, kann ich euch da jetzt auch einfach nicht sagen. Aber das ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung, die ich jetzt da so gemacht habe. Das dritte wäre, aber das muss ich auch nochmal ein bisschen relativieren, ist die leicht erhöhte Gefahr für DMS. Ich muss echt sagen, von den, keine Ahnung wie viele Suden ich letztes Jahr gemacht habe und dieses Jahr, die sind wie gesagt meistens mit 20 bis 30 Minuten Kochzeit gemacht, hatte ich nur einen, wo ich ein leichtes DMS hatte und das war ein American Lager mit 40% Reisanteil und da habe ich es tatsächlich ganz leicht rausgeschmeckt, aber es hat auch, wenn man in die Style Guidelines reinschaut, also auch so ein bisschen zum Stil gepasst, wenn es jetzt nicht zu krass ist und von daher, bei den anderen Bieren hatte ich es jetzt auch nicht. Deswegen kann ich da jetzt halt einfach nur sagen, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ihr müsst ja auch, wie gesagt, nicht alle Techniken anwenden, aber wenn ihr jetzt halt einfach mal wirklich experimentierfreudig seid, so wie ich und denkt euch, was habe ich denn jetzt zu verlieren, außer vielleicht einen Sud, der nicht ganz so cool wird wie die anderen und ich bin mir ziemlich sicher, das wird ja sogar gar nicht im Gegenteil, der wird wahrscheinlich sogar richtig gut werden, probiert das Ganze einfach doch mal aus. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was für euren Braueralltag mitnehmen. Lasst doch einfach mal hören, ob ihr schon ein bisschen Erfahrung habt mit diesem Short and Shorty Brewing oder vielleicht, was ihr jetzt so in Zukunft daraus mitnehmen wollt, ob ihr das jetzt mal ausprobieren werdet und so weiter. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn ihr darüber mal in den Kommentaren darüber berichten würdet. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben für das Video. Und wenn euch meine Videos grundsätzlich gefallen und ihr auch jedes Mal so einen kleinen Nutzen daraus ziehen könnt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Patreon bei mir werdet. Denn auf patreon.com-malzunhopfen könnt ihr gegen eine kleine monatliche Spende Zugang zu exklusiven Inhalten bekommen, die nicht auf diesem Kanal hochgeladen werden, genauso wie Zugang zu früheren Videos. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, über regelmäßige Umfragen ein bisschen mitzubestimmen, welche Videos denn priorisiert von mir behandelt werden. Und ansonsten wünsche ich euch allzeit gut Sud, eine gute Zeit bis zum nächsten Video und ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao!